Kennt ihr schon diese wunderschöne Radtour in einem Tal, das aus lauter Felsformationen besteht? Noch nicht? Dann seid ihr bei uns genau richtig. Hallo und herzlich willkommen beim Waldkindertreffpunkt. Diese Radtour ist absolut traumhaft. Ihr kommt euch vor wie im Märchen. Sie ist abwechslungsreich, sie führt durch einen Wald, sie führt aber auch auf Wiesen. Ihr kommt an einem wunderschönen Spielplatz vorbei, wo wir einen extra Beitrag gemacht haben. Ihr findet Höhlen, die zum Spielen und zum Erkunden einladen. Auf der Radtour findet ihr mehrere Grillstellen. Ihr findet das Wendtalweible. Ihr findet einen kleinen Erlebnispfad, den es lohnt sich anzuschauen. Hier wird viel über die Flora und Fauna erzählt. Also es ist wirklich absolut traumhaft. Wir haben mit dem Fahrrad für diese Radtour ca. 2 Stunden gebraucht und der Spielplatz lädt halt wirklich zum Verweilen ein. Wir empfehlen euch am Parkplatz Hirschtal zu parken, denn ihr könnt von diesem Parkplatz komplett durch das ganze Wendtal fahren bis zum Landgasthof Wendtal. Dort könnt ihr dann ein Eis essen oder einen Kaffee trinken, ganz gemütlich. Sie haben auch eine Selbstbedienungstheke und von dort aus könnt ihr noch das Felsenmeer erkunden. Hierzu gibt es einen extra Beitrag. Es lohnt sich wirklich das Wendtal zu besuchen. Alle Informationen zum Radweg stelle ich euch in die Caption unter dem Wheel. Wenn euch dieses Wheel gefällt, freuen wir uns sehr über eure Likes, Kommentare und eure Weiterempfehlungen. Wir wünschen euch ganz viel Spaß beim Fahrradfahren. Euer Waldkinder Dresskund